Welcome to this video here on the channel. It is Samstag, 30 April, it is currently 13.20pm and it is going to go to the Heimspiel against Schalke 04, the last game of the season. The comeback is set up and today you want to be happy again. That is now the fourth part of this mission with the new Cheftrainer Lars Dendl. Let's go! From the jump you could tell my attitude was way different than them dudes tryna rap at you cause half them dudes would use the same platitudes, thinking this is gonna get the girl laughing soon. Not true homeboy, but I like the entertainment, you threw so much money that I thought that it was raining and so did like 15 other guys, go try the other side. Crazy Town Live playing Butterfly. Get stained Ed Hardy shirts, yeah them dudes don't like me, it hardly hurts. I just go home, rip another gnarly verse, think about the pretty girl with the darling purse and when these thoughts get conjured, they run the gamut. From how she looks naked to chillin' in the mansion, cause that's a lot to handle. We scramble all around Hamden, Cunningham, Randall. No slowback on, you like throwback songs, karaoke with the vocab gone. Next morning wake up, turn right back on, same clothes that last night live a life like poems. Until we still look good when we head to brunch. No pie made, but my hair's standing up. Walking to the restaurant, getting stares and such. But it's all good, let them suckers glare with us, cause they... I see you sitting on the sidelines. You follow all the guidelines. You wake your turn and follow rules. I live like I got nine laws. My strength is like what life is like. A battle just like rhyme time. I stay fucked over the sidelines, but you still watch my life. I have no idea. 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 Hürde singen, nein, sie lieben! Du bist der Mittelpunkt, der in unserem Leben 96 ein Lieben. Für uns steht jetzt ja viel besser, als wir glauben. Lass die Nacht an alle reden und alle an auch am Ende. Wir sind dem und bei dir 96 ein Traum. Lass die Nacht an alle reden und alle an alle reden und alle an alle reden und alle an alle reden. Was sind die else? Was sind die drei Stunden? Was sind die andere generationale sehen? 2. 4. 5. 5. 6. 8. 10. 10. 10. 10. 11. 12. 12. 13. Tor! Tor! Auch der Wettbewerb-Spieler mit der Rückensnummer 37 für die Vorlage! Tor! Sauer! Renguasi! Heute Spielstatt! Tor! 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 ajj. Ein Leben lang, ein Leben lang, ein Leben lang. Ein Leben lang, ein Leben lang, ein Leben lang. Daniel, steh'n dir! Du bist der beste Mann! Daniel, steh'n dir! Daniel, steh'n dir! Daniel, steh'n dir! Du bist der beste Mann! So Freunde, angekommen nach dem Spiel am Bahnhof. Eine genauere Analyse sozusagen wird auf jeden Fall gleich noch folgen. Beziehungsweise nachher. Zunächst einmal kann man wieder nur sagen, man muss stolz auf diese Mannschaft sein. Einfach nur stolz. Das war hier eine klasse Leistung. Die Fans, klasse Leistung. Und das Schöne, Karamann sagt, er will wohl bleiben. So Birk sagt, er bleibt. Und Stendl bleibt auch. Herrlich! Und wieder mal in Zug, wie immer. Bis später!